Auf der hawaiianischen Insel Maui ist es am Freitag zu Waldbränden gekommen. Diese Videoaufnahmen hat Joseph Asim über Twitter veröffentlicht. Er filmte nach eigenen Angaben aus sicherer Entfernung. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen und eine Person war nach Behördenangaben mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher noch unklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017